Das Betreten des Schulgeländes ist nur mit Mund- und Nasenschutz gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hallo, wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr Corona-konform durch die Schule kommt. Wichtig ist erst einmal, den Mundschutz aufzuziehen. Aber über die Nase. Bevor ihr das Schulgebäude betretet, solltet ihr eure Hände desinfizieren. Gründlich natürlich. Gegenstände, die oft berührt werden, sollten nach Möglichkeit nicht mit den Händen berührt werden. Zum Beispiel Türgriffe sowie Treppengeländer. Hä, was ist denn jetzt noch? Regeln sollten durchgelesen sowie umgesetzt werden. Ihr solltet den Abstand einhalten, sowie in den Ellenbogen niesen und husten. Händeschütteln sollte vermieden werden. Nachdem ihr die Regeln verstanden habt, könnt ihr beruhigt und negativ in euren Schulalltag starten. Viel Spaß!